Ich bin 78 Jahre, wobei wir hier im Domgarten noch älterer haben. Ich bin nicht die älteste. Die älteste von uns ist sogar 83. Sie klettert hier sogar die Mauern hoch, wenn auf den Mauern was zu arbeiten ist. Mein Name ist Elke Schleich. Ich bin angesprochen worden, ob ich Lust habe, hier im Domgarten mit zu arbeiten und da habe ich mich sofort dafür begeistert, weil ich selbst im Garten habe und sehr gern im Garten arbeite. Das schöne Rosenbeet hier. Also Muni wäre ganz stolz, wenn die hier Rosenbeen sehen würde. Diese Meisterbeete, das sind die Pflanzen, die der Naumburger Meister an seinen Kapitellen verwendet hat. Wir halten die Beete sauber. Das packen wir noch. So sehr schwer ist die Arbeit ja hier nicht. Das schafft man in dem Alter, wie ich bin, schon durchaus noch. Ich denke, das schaffen auch andere noch. Ich denke, das ist eine gute Sache. Das erfüllt einen. Man ist glücklich. Man erfüllt das mit Freude und ich bin immer stolz, dass ich hier in dem Domgarten mitarbeiten darf.